Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Da unten rennt er. Ey, lasst mir die Hühner in Ruhe. Ob ich schlafen kann? Wir schlafen mal eine Stunde. Was ist das für ein Geräusch? Wer backt denn da rum? Was sind das für ein Geräusch? Wo kommt das her? Ach du Schande. Hallo? Oh, ich hab da einen Punkt. Du siehst mich echt nicht? Die wird mit dem Zielen noch besser später? Wird sie das? Bist du sicher, dass sie wirklich noch besser wird mit dem Schießen? Kate hat 30 Schuss in erster Linie. Ich fag mich, wie sie das macht. Kate, du hast ein Problem. Du hast übrigens 30 Schuss, Kate. Wie machst du das? Ja. Okay. Okay. Fine, Kate. Fine. Okay. Fine. Moment. 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 Wieso ist das Huhn weg, zwei Eier sind da. Wo ist das Huhn? Das Huhn hat sich geteilt? Oder was? Ist jetzt zwei Eier geworden? Wie funktioniert das mit den Hühnern? Sie brauchen keine Muni. Wie? Also bei Haubi hat er seinen Typ nicht geschossen, deshalb. Haubis Typ hat er nicht geschossen. Dann haben sie vermutet, dass er Munition braucht. Irgendwie. Sie brauchen eine Brille. Ja, wenn sie keine Munition braucht, kann ich ihr auch eine Pistole geben. Das ist ja vielleicht cooler dann noch für sie. Also mit der M4 habe ich das Gefühl, kommt die Frau gar nicht klar. Wo sind die ganzen Waffen? Wo sind die Waffen? Ich habe doch hier noch eine Pistole übrig gehabt. Habe ich die hier reingepackt? Nein. Lagen noch alle mal hier drin. Ach da. Keine Ahnung. In die falsche Schublade gegriffen anscheinend. So Kate, kriegst du noch eine Pistole. Wenn du keine Munition brauchst, dann kannst du auch gerne bleiben. Habe ich gar kein Problem mit. Ich bin da für Chicken Egg. Could be used for cooking. All that inside food. Och, für Hatching. Ja. Och, Mensch. Jetzt geht das bestimmt nicht mehr. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, jetzt ist es jetzt zu spät. Ähm. Ja, dann löst sich das Huhn in der Tat auf. Ja, ne. Es ist jetzt schon Essen geworden. Okay. Dann darf ich die nicht aufnehmen. Das ist ja cool, dass sich die Hühner vermehren. Das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht. Ähm. Fünf. Was? Fünf Sterne Deluxe. Hallo. Ich hab's mir gemerkt. Es war einfacher. Ähm. Fünf Sterne Deluxe. Ich find den ganz so geil. Also das, was draus geworden ist, find ich geil. Das hat was. Ähm. Das ist nicht ironisch gemeint mit dem, wie witzig. Da war ich dich ja, wenn ich so will, ich frage ja jedes Mal, äh, wie spricht man's aus und, äh, die Erklärung, die fand ich aber so geil, die kann man ja gar nicht mehr vergessen. 17 Mal hier. Ähm. Okay, wir packen den Krams jetzt einfach mal eben weg. Ich weiß, das gehört da nicht rein. Das ist mir klar, aber ich will jetzt, ich will jetzt gleich weiter. Nee, Shotgun. Ähm. Wasser können wir uns dann nochmal holen. Am Fluss. Unten am Fluss. Moment, war hier jetzt überhaupt noch was? Ähm. Nee, Zündkerze. Ersatzsachen brauche ich fürs Auto. Meine Zündkerze macht's nicht mehr lange. Das ist es. Und Ersatzmotor. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch Sprit mitnehmen. Du machst hier bitte keinen Scheiß, uns geht's gerne weiter. Oh, das fällt hier gerade ganz gut runter. Ich will euch nicht nerven, aber ich hab ein bisschen Panikattacke und es hilft mir etwas Ablauchung. Oh, da bist du herzlich willkommen. Ich hab auch, ich hab heute Abend auch schon Panikattacke. Ich mach mich nicht drüber lustig. Ich wollte nur was sagen. Ähm. So, nee. Das ist, äh, du, wenn dir das Ableckung gibt, äh, freu ich mich drüber. Hm. Wenn dir das Ableckung gibt, freu ich mich drüber. Komm, wir rennen dann mal eben runter zum Wasser, füllen die drei Flaschen auf. Und, und gut ist. Und dann fahren wir mit dem Auto. Seht ihr nochmal? Das nächste Banditencamp kann ich mir, glaub ich, sparen. Also ich möchte die vielleicht aus Prinzip nochmal abschießen. Äh, es gibt aber irgendwo noch ein, zwei weitere Banditencamps. Ähm, ich weiß nicht genau wo, aber ich habe jetzt fest vor sie zu finden. So, was ist, ähm, V, ähm, so, dann füllen wir die Flaschen mal eben kurz. Machen wir noch ein bisschen mehr Wasser. Ja, ich könnte auch mal dieses blaue Fass irgendwie mitnehmen. Oder das mal mit einem Eimer versuchen. Der Eimer soll wohl zehn Liter fassen. Vielen Dank für die Hinweise. Oder das blaue Fass einfach mal mit runter nehmen. Also so denke ich mir, dass es vielleicht gemeint ist. Und dann immer die Flaschen direkt ins Fass kippen und dann halt wiederholen. Wobei, da passen 100 Liter rein in das Fass. Das ist vielleicht doch lieber etwas, was man dann ohne, ohne euch macht. Ich glaube, das wird dann auch echt langweilig. Da ist mein Haus. Ähm. Nimm lieber die 10 Eimer und lass das fast zu Hause. Ja, oder so. Muss ich erstmal 10 Eimer machen. Ähm, kann man mit dem Auto in den See fahren? Schon probiert? Nee, nicht probiert. Kann man. Einmal. Bestimmt geht das. Einmal geht das bestimmt. So. Kann man. Aber dann bist du hinlos. Siehst du, sowas habe ich befürchtet. Füllen wir das doch gleich mal um hier. Ja, weil das mit dem, mit dem, mit dem, mit den Eimer und dem Fass sollte man wirklich mal machen. Muss man. Habe ich überhaupt? Ich habe einen Eimer. Einen Eimer habe ich glaube ich schon gehabt irgendwo, ne? Ohne? Ich glaube ich hatte schon irgendwo einen Eimer. Na toll. Irgendwas ist ja immer. So. Wir nehmen mal eine Flasche Wasser mit. Das kann nicht schaden. Und. Die beiden Regeln hier. Oh Gott, ich habe mich verjabelt. Es ist, siehst du, Panikattacken. Das meine ich damit. Ich probiere das mit dem See und dem Autorisch dann noch. Vermutlich. Unbeabsichtigt. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass da jemand jetzt bei mir wohnt. Das war ja eigentlich so. Bisher auch nicht der Fall. Kann man schon mal überreagieren. Nichts bei denken. Der Fälle erschreckt sich bei Frauen. Jaja. Das heißt es dann wieder. Irgendwann müssen wir in der Wagen eigentlich gleich verrecken. Ich hoffe nicht jetzt. So. Ich will da jetzt gerade erstmal nicht die Gebäude hinten looten. Da waren wir schon unten unten. Ja. Unten unten. Da oben waren wir auch oben oben. Und. Ähm. Also da fahre ich jetzt gerade erstmal nicht hoch. Ich will mal wissen, wo es hier weiter geht. Oh. Eine Tankstelle. Cool. Aber wenn das nicht mal ein schönes Thumbnail ist, dann weiß ich auch nicht was. Ähm. das Messer von meinem. Das ist mal ein cooles Thumbnail. Lass mal kurz, dass das weg geht hier. Und. Zack. Das sieht ja richtig plastisch aus. Sind gefüllte Plastikflaschen aus der Liste gekommen? Äh. Ja. Das war am Anfang mal so. Das wurde geändert. Das wurde gefixt. Ähm. Das ist auch bei, äh. Herrn H. Punkt. Punkt. I. So gewesen. Nicht nur bei Herrn G. Punkt. 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 So. Das sieht doch hier schon vielversprechend aus. Was machen wir denn hier so? So. Kleine Loot-Tour. Machen wir. Wo wir schon mal hier sind. Viel zu viele Batterien. Ich weiß gar nicht was ich mit den ganzen Batterien gesagt habe. Oh ne MRE? Echt? Cool. So was gibt es hier? Krass. Was? Das esse ich aber auch erst wenn ich ganz einfach Hunger habe. Ach wohl. Ne. Doch. Doch. Er isst es mal ganz auf. Das darfst du wahrscheinlich echt nur essen wenn der Wille komplett einfach Hunger ist. Sonst ist es doof. Ähm. Ja. Nimm mal mit. Und. Ah. Noch ein Müsli-Riegel. Und. Na. Ich weiß dass ich dich mitnehmen kann. Versteck dich nicht von mir. Ja doch eben irgendwo. Echt jetzt? Okay. Gut. Kleines Geduldsspiel. Oh ne. Wer hat die denn schon alle durchsucht? Feuerholz. Ist doch nicht so viel drin wie ich dachte. Äh. Das ist ja nix. Ah das reicht ja auch eigentlich. So. Die hält ja hoffentlich ein bisschen. Das können wir mal essen eben. Wie lange isst hier sowas eigentlich? Echt sechs Minuten isst der in so einem kleinen Riegel? Ich krieg das nicht hin. Ich mach das schneller. Aber deutlich. Ähm. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich hab mich eben nur gewundert. Warum ist mein Kofferraum jetzt auf einmal so klein geworden? Das ist so. Das ist so. Ihr müsst ja mit mir irgendwie zu real fahren. Das ist lustig. Wenn ich meine Einkäufe ins Auto bringe. Ich weiß schon warum ich kein Auto mehr habe. Ich weiß es. Ihr wisst es jetzt auch. Ähm. Denk ich mir. Ähm. So. Okay. Das liegt hier noch rum. Nix. Dann gehen wir hier nochmal nach nebenan. Ich hör nichts grumpfen. Ah. Pursuit. Ehe. 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 Red Cat guy. Am тогоentsенного. Am tenden. Adrenalin. Red Cat. Yeah. Also Germany. Ehe. Au. Sehr schön. Yo. Wird ja langsam. Cool. Hat sich ja schon richtig gelohnt hier. Ähm. Wetten da oben. Rauf ist nix. weil man da gar nicht raufkommt auf den Wohnwagen. Ne, da ist Nächster auf. Ach, ist jetzt schon wieder so dunkel. Ich könnte einen Online-Handel für gebrauchte Autoteile aufbauen, so sehe ich das auch. So, du hast, trinken wir mal was. Okay, die sind voll. Das Ding ist voll. Schade, dass die nicht stacken, die Müsli-Regeln. Das ist schade. Oh, noch 100 Prozent. Okay, dann wollen wir weiterfahren. Okay, da vorne sind Banditen. Was sind die Sterne denn eben? Irgendwo war da einer. Ich hoffe nicht, dass sie hier durchkommen. Ich glaube nicht, dass die Büsche mir Sichtschutz geben. Da lief aber einer. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist irgendwo noch ein Banditen-Camp. Also, ja genau hier, aber wenn ich sie jetzt gerade nicht sehe, ist das so eine Sache halt. Wann spawnen die denn? Oder warum ist der denn despawned? Das ist ja die Frage. Warum ist der weg, der Typ? Und wann kommen die wieder? Oder sind die kaputt? Sind die alle ein bisschen buggy, die Banditen? Kann mir das mal jemand von euch sagen? Weil ich habe das bei dem anderen Lager schon gehabt. Und ich würde es auch ein bisschen blöd finden, wenn ich jetzt... Also, ich würde es jetzt nicht looten, wenn ich nicht gekämpft habe, um mich mal so auszudrücken. Das finde ich dann irgendwann wird es halt auch blöd. Einmal ist das lustig, aber irgendwann hört es dann auch auf. Funktionieren die pauschal denn die Banditen-Camps? Ja, der Typ hat sich gerade aufgelöst. Hier ist keiner mehr. Ach, da vorne geht es allgemein nicht weiter. Hier ist End of Map. Ne, wir haben eine Route. Wenn die zu Ende ist, despawnen, sie Minuten warten, dann kommen die wieder. Ach, ist das so? Ist das also ganz normal, ja? Dann können wir mit dem Auto mal da entlang fahren. Können wir auch machen. Dann gucken wir uns das jetzt hier einfach mal so ein bisschen an. Sieht doch aus, als wären hier noch Straßen. Wobei, wenn die ein Camp haben, dann sollen die eigentlich gar keine Routen haben. Ich dachte, die hängen dann hier im Camp rum, also wie die einen da im Camp. Und die, die die Straße da unten immer bewacht haben, die machen ja auch nicht so den Eindruck als... Ach, komm, wir wollen doch mal diese Straße entlang hier. Ja, was ist denn hier los? Muss mal nach links und rechts gucken hier, ob wir irgendwas sehen. Ah, hier ist doch schon... Was, 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 was? Ähm, das Kneile. Na, Abend? Oh, das sieht aber nach Camp aus. Krass, wie der Hof sitzt. Nicht schlecht. Das sind doch ganz bestimmte... Das kann ich nicht einfach so rein. Das kann ich nicht vorstellen. Das sieht ja zu massiv aus. Ich glaube nicht, dass ich da einfach so rein kann. Zum geckigen Stand des Games ist das normal. Okay. Ähm... Ein bisschen schade. Das sieht so aus, als könnte ich da jetzt so reingehen und alles looten. Die Straße geht da weiter. Das sieht momentan so aus, als könnte ich da so rein. Wow. Da war gleich mehrere Ohren beteiligt, was? Gerell, was? Überall Ohren leichen. Zick. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, meine. Pfeff, 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 pfeff. Ach, der läuft da einmal die Runde anscheinend, was, oder? Savina, gute Nacht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und der Savina, ich sage immer, ist auch falsch. Wo will der denn hin? Der ist die Spawn gerade. Da ist eine aufgeploppte, habt ihr gesehen? Nächster, bitte! Na, komm. Hm. Da fallen wir noch. Die sehen gefährlich aus, die beiden. Ah, schwierig, dass die dann die spawnen, ne? Ein bisschen schwierig ist das schon, oder? Jetzt sind gerade zwei neue da vorne gespawnt. Und jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Shit. Alles klar, das freut mich vor dem Nervous. Ich würde mir ganz gerne die Pfeile nachholen, ey. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Hier müssen noch mehr Pfeile sein. Hier müssen noch mehr Pfeile rumliegen. Ich kann wieder wochenlang Fehlern sammeln. Das ist doch ein Problem. Habe ich so schlecht getroffen? Das lief doch ganz geschmeidig. Ein bisschen einer auf laut gemacht, oder? Muss ich sagen. Sneaky ist anders. Ganz genau, das haben wir noch. So. Sehr schön. Können wir da jetzt rein? Einer ist aber schon da drin noch von den Jungs da. Oh, da liegt ein... Drei Pfeile. Wie, ich hatte noch sechs. Okay. Glaublich habe ich eine Coba dabei. Ne, habe ich nicht. Shit. Da muss mein Auto. Da vorne. Ah, wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Meine Güte. Wie die Zeit rennt. Das ist unglaublich. Ähm, ja, dann bleibe ich dabei. Wir machen das nächste Folge weiter. Ich will jetzt... Warum habe ich denn wieder keine Coba dabei? Ist das nicht dämlich? Sollte man nicht denken, dass er mal Lerneffekt einsetzt oder sowas? Irgendwie so ein kleiner... Warum habe ich denn keine Coba mit? Warum habe ich die denn gelassen? Was soll denn das? So ein R-Rei. Okay. Ja, wie gesagt. Ich versuche. Vielleicht finde ich da eher im Lager irgendwo eine Coba. Oder er kommt da irgendwie anderweitig rein. Vielleicht kriegen wir einen zweiten NPC dazu. Ich bin gespannt. Ansonsten. Ja, ja. Wie ist es bei uns? Ich vermute auch, dass sie gleich wieder neu spawnen. Denke ich mir mal so. Da gehe ich fast von aus. Ich will jetzt trotzdem rein. Aber das machen wir nächstes Mal. Okay, bis dann. Tschüss.